Um jeden Monat Geld auf sein Konto überwiesen zu bekommen und die anfallenden Kosten zu decken, müssen wir hart arbeiten und auch mal Jobs ausüben, die uns keinen Spaß machen, weil das eben so ist. So oder so ähnlich wurde mir in meiner Schulzeit der Zusammenhang zwischen einem Job und dem Gehalt erklärt. Umso überraschter war ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, nämlich indem ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Na klar, dachte ich sofort. Dort vermutlich kommt als nächstes irgendein Glücksspiel an der Börse, das man als Normalo ohne Insiderwissen nicht gewinnen kann. Doch es sollte anders kommen. Es soll die Möglichkeit geben, mittels Dividenden, also Gewinnbeteiligungen von Unternehmen, sich regelmäßig nebenbei ein zusätzliches Einkommen aufzubauen und das ohne irgendwelche illegalen Tricks. Klar war ich davon direkt angetan und vermutlich möchtest auch du mehr darüber erfahren. Daher möchte ich dir im heutigen Video ein paar Varianten vorstellen, wie du mittels ETFs dir ein Portfolio aufbauen kannst, das dir jeden Monat Dividenden auszahlt und du damit vielleicht eines Tages deine kompletten laufenden Kosten decken kannst. Na, interessiert? Dann bleib dran! Hi, ich bin Mick und auf diesem Kanal geht es um Themen rund um die privaten Finanzen. Ich teile hier mit dir meine persönlichen Erfahrungen, damit du von meinem Wissen profitieren kannst und nicht die gleichen Fehler machen musst wie ich. Heute geht es um ein Thema, das insbesondere Verfechter ausschüttender Anlageformen interessieren dürfte. Nämlich, wie baue ich mir ein Portfolio auf, das mir jeden Monat Dividenden ausschüttet. Fangen wir dafür zunächst mit der Grundidee an. Unser Ziel ist es, mittelfristig einen Teil und langfristig unsere kompletten laufenden Kosten mittels Dividendenzahlungen zu decken, die wir durch unser investiertes Kapital erhalten. Oder wir wollen uns ein zusätzliches Gehalt verdienen, um unsere Wochenarbeitszeit zu reduzieren, ohne letztlich weniger Geld zur Verfügung zu haben. Wichtig ist uns dabei aber, dass wir zunächst bereit sind, unser Portfolio kontinuierlich mittels Sparplänen aufzubauen und unsere Investitionen möglichst breit zu diversifizieren, um unser Risiko zu minimieren. Die laufenden Kosten sollten dabei nicht über 0,5% pro Jahr liegen. Okay, wie könnte so ein Portfolio nun aussehen? Dafür habe ich dir stellvertretend drei Varianten mitgebracht, die ich auf Extra ETF entdeckt habe. Ich möchte dir damit keine Anlageempfehlungen geben, sondern lediglich ein paar Möglichkeiten darstellen, wie das Ganze realisiert werden könnte. Noch ein Hinweis vorweg, ich habe dir bereits in diesem Video hier dargestellt, welche Vor- und Nachteile die Dividendenstrategie mittels ETFs und Einzelaktien hat. Wenn dich dazu mehr interessiert, dann schau doch mal dort vorbei. Im heutigen Video werde ich mich aufgrund der Diversifikation auf die Varianten mittels ETFs beziehen. Kommen wir direkt zur Variante Nummer 1. Bei diesem Portfolio handelt es sich um eine Konstellation von ETFs, die ausschließlich auf die Asset-Klasse Aktien setzt. Aufgrund der Zusammensetzung und der Gewichtung wird zu 70% in Industrieländer investiert und zu 30% in Schwellenländer. Die TER liegt bei 0,47% und die Ausschüttung findet tatsächlich jeden Monat statt. Aber werfen wir einen genaueren Blick auf die im Portfolio enthaltenen ETFs. Zum einen haben wir hier den SPIDER S&P Global Dividend Aristocrats mit einer Gewichtung von 40%. Dieser ETF bietet die Wertentwicklung von ca. 100 Unternehmen ab, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren eine steigende Dividende gezahlt haben. Außerdem müssen die Unternehmen eine positive Eigenkapitalrendite sowie einen positiven operativen Cashflow aufweisen. Das ist wichtig, damit die Dividende nicht auf Kosten der Unternehmenssubstanz ausgezahlt wird. Es handelt sich hierbei um Unternehmen mit Hauptsitz in einem Industrieland. Die Ausschüttungen finden im Februar, Mai, August und November statt. Ein weiterer ETF in diesem Portfolio ist der iShares Stocks Global Select Dividend 100 mit einer Gewichtung von 30%. Dieser ETF bildet ebenfalls die Wertentwicklung von 100 Unternehmen mit einer hohen Dividendenausschüttung ab, die seit mindestens 5 Jahren eine steigende Ausschüttung aufweisen. Außerdem wird hier die Dividende ins Verhältnis zum Gewinn gesetzt und darf je nach Region nicht höher als 60 bzw. 80% sein. Ausschlaggebend für die Gewichtung ist hierbei die Netto-Dividendenrendite, also die Dividende, die wir als Investoren erhalten, geteilt durch den Aktienkurs. Wie beim Spider wird nur in Unternehmen aus Industrieländern investiert und die Ausschüttungen finden im Januar, April, Juli und Oktober statt. Als letztes noch der Invesco FTSE Emerging Market High Dividend Low Volatility enthalten mit einer Gewichtung von 30%. Dieser ETF bildet die Performance von Werten mit hoher Dividendenausschüttung und niedriger Volatilität, also Wertschwankung ab. Dabei sind 95 Titel enthalten, die im Gegensatz zu den anderen beiden ETFs in den Schwellenländern liegen. Dieser ETF dient somit dafür, dass das Portfolio nicht auf die Industrieländer beschränkt ist, sondern auch eine regionale Diversifikation bietet. Die Ausschüttungen finden im März, Juni, September und Dezember statt. Damit kann man mit diesem Portfolio tatsächlich jeden Monat einen Geldeingang verbuchen. Nicht schlecht, oder? Werfen wir noch einen Blick auf eine weitere Variante. Bei diesem Portfolio wird zu 50% in Aktien und zu 50% in Länderanleihen investiert. Durch die Gewichtung wird zu 65% in Schwellenländern investiert und zu 35% in Industrieländer. Neben den in der Variante 1 vorgestellten ETFs ist zusätzlich noch der Vanguard Emerging Market Government Bonds enthalten. Dieser ETF mit einer Gewichtung im Portfolio von 50% bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar laufenden festverzinslichen Anleihen auf Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern ab. Dabei sind 1.281 Titel enthalten und der ETF schüttet sogar monatlich aus. Die anderen ETFs sind wie folgt gewichtet im Portfolio. Der S&P 20%, der Stocks 15% und der FTSE ebenfalls 15%. Da es sich um ein ähnliches Portfolio wie das aus Variante 1 handelt, erfolgt auch hier eine Ausschüttung jeden Monat und die TER liegt bei 0,36%. Die dritte Variante, die ich heute vorstellen wollte, unterscheidet sich etwas von den vorherigen beiden, da hier keine monatliche Ausschüttung stattfindet, sondern nur einmal im Quartal. Dieses Portfolio besteht aus dem bereits vorgestellten Spider S&P Global Dividend Aristocrats mit einer Gewichtung von 70% und dem Spider S&P Emerging Market Dividend Aristocrats mit einer Gewichtung von 30%. Letzterer ETF ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von 100 Unternehmen aus den Emerging Markets abzubilden, die seit mindestens 5 Jahren in Folge eine Dividendenerhöhung oder Beibehaltung vollzogen haben. Um mit diesem Portfolio auch monatlich Geld zur Verfügung zu haben, müsstest du also nach Eingang des Geldes dieses dritteln, was wie ich finde auch durchaus eine sinnvolle Option darstellt. Gut, nachdem wir nun einen Blick darauf geworfen haben, wie so ein Portfolio aussehen könnte, beschäftigen wir uns nun noch mit ein paar Risiken in Zusammenhang mit dieser Strategie. Zum einen handelt es sich um Stockpicking, da nur Unternehmen berücksichtigt werden, die eine Dividende zahlen. Wenn wir die Top-Positionen mit zum Beispiel einem Welt-ETF vergleichen, sehen wir, dass diese stark voneinander abweichen. Mit dieser Strategie reduzierst du also die Diversifikation im Vergleich zu einem marktneutralen Portfolio. Ein weiteres Problem sehe ich in der Abhängigkeit vom Angebot. Wenn du ein Portfolio wie in den ersten beiden Varianten bauen möchtest, bist du stark vom gebotenen Angebot abhängig. Beispielsweise fehlt dir noch ein ETF, der in bestimmten Monaten auszahlt und du musst daher einen verhältnismäßig teureren wählen. Unter Umständen schenken wir also der Verpackung in Form der ETF-Modalitäten mehr Aufmerksamkeit als dem Inhalt. Auch könnte die Verwendung der Dividenden ein Thema darstellen. Angenommen, wir erhalten nun also monatlich unsere Dividenden auf das Verrechnungskonto. So müssen wir diese dann noch jeden Monat manuell auf unser Girokonto überweisen. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, einen Auszahlplan zu erstellen, jedoch lassen sich die vier Anbieter, die ich gefunden habe, diesen Service sehr gut bezahlen. Außerdem werden hierbei auch gegebenenfalls Anteile verkauft, wenn die Dividende mal nicht so hoch ausfällt wie gedacht. Insgesamt bleibt natürlich bei der Dividendenstrategie immer das Problem der möglichen Schwankungen in Form von Dividendenkürzungen. Vermutlich hast du nicht jeden Monat die gleichen Ausgaben und garantiert wird dir die Dividende ebenfalls nicht. Es könnte also sein, dass du zusätzlich noch Anteile verkaufen musst oder nicht benötigte Dividenden reinvestieren darfst, was beides Transaktionskosten verursacht. Wie würde ich diese Strategie nun also nutzen? Naja, ich würde mir ein Portfolio so aufbauen, dass ich bestimmte regelmäßige Zahlungen damit nach und nach decken kann, die allerdings nicht monatlich anfallen. Beispielsweise könnte ich mir im Laufe eines Jahres unter Ausnutzung des Sparerpauschbetrages einen Betrag von sagen wir mal 1100 Euro für einen Urlaubszuschuss ansparen und somit mein psychologisches Verlangen stillen, dass ich auch etwas von meinem Vermögen zurückbekommen möchte. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen Denkanstoß geben, wie du dir ein regelmäßiges Einkommen mittels ausschüttender ETFs aufbauen kannst. Nur weil ich diese Strategie nicht verfolge, bedeutet das natürlich nicht, dass dies nicht vielleicht genau die richtige Strategie für dich ist. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, was du von den Strategien von Extra ETF hältst. Übrigens, du kannst in alle hier vorgestellten ETFs mittels Sparplan bei Scalable Capital kostenlos investieren. Einen Link zum Anbieter, mit dem du mich ebenfalls noch unterstützt, findest du unter dem Video. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, dich in einem weiteren Video erneut begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib gesund! Bis dahin, bleib gesund!